Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, wie man ein leckeres Fortschweizen zubereiten kann. Es heißt Creme Aubergin. Dafür brauchen wir Auberginen, Sojajoghurt, Tahin, Salz und unbedingt Knoblauch. Jetzt kommt die Auberginen in den Backofen vor einer Stunde bei 215 Grad. Und jetzt sind die Auberginen fertig. Wir lassen sie ungefähr eine halbe Stunde abkühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Lieblings Fortschweizen Guten Appetit.